Heute bei Review Lifestyle die Behring Damenarmbanduhr Charity. Nur hier bekommen Sie die kühle Schönheit aus dem Norden zu einem wirklich günstigen Preis. Der dänische Abenteurer und Geschäftsmann René Kerskow sprang 2008 direkt über dem Nordpol mit seinem Fallschirm aus einem Helikopter. Hier, sicher am Boden des nördlichsten Punktes der Erde angekommen, wurde sein Herz von der schlichten, kühlen Schönheit und den unendlichen weißen Weiten des ewigen Eises erobert. Überwältigt von diesen faszinierenden Eindrücken zog er wieder zu Hause in Dänemark auch seine Geschäftspartner in Bann. In leidenschaftlichen Gesprächen nahm mehr und mehr die Vision von einer neuen Uhrenmarke Gestalt an. Einer Uhrenmarke, die so pur, klar und atemberaubend schön wie die Arktis selbst sein sollte. Behring überzeugt sowohl durch eine wertige Verarbeitung als auch durch die sorgsame Auswahl und Kombination ausgesuchter Materialien. Moderne, hochwertige Uhren aus dem Hause Behring versprechen Qualität, Nützlichkeit und Zuverlässigkeit. Entdecken auch sie die Vielfalt an Eleganz, die Behring zu bieten hat. Die Behring Damenarmbanduhr ist an kühler Eleganz kaum zu übertreffen. Das Gehäuse und auch das Armband sind aus grauem, glänzenden Edelstahl. Das ebenfalls graue Ziffernblatt ist zudem mit Swarovski-Kristallen verziert. Die Behring Damenarmbanduhr ist bis zu 5 Bar wasserdicht. Dieses Produkt erhielt bei Amazon erstklassige Kundenrezensionen, zum Beispiel Sehr edel und schick, habe die Uhr für meine Frau als Geschenk gekauft, sieht sehr elegant aus und ist sehr gut verarbeitet. Der Diamant ist das E-Tüpfelchen. Perfekt! Wunderschöne Uhr, die leider kaum noch zu kriegen war. In Originalverpackung mit ausgefülltem Garantieschein, innerhalb 24 Stunden geliefert. So geht einkaufen! Diese Uhr aus der limitierten Serie habe ich überall gesucht und bin sehr glücklich, endlich eine gefunden zu haben. Wir haben für Sie in der Videobeschreibung den Link zum Produkt zum besten Preis bei Amazon herausgesucht. Einfach draufklicken und Sie kommen sofort zum gewünschten Artikel. Haben Sie eine Frage zum Produkt, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Gefallen Ihnen die Reviews? Dann freuen wir uns über einen Kommentar von Ihnen und einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den Kanal Review Lifestyle, so verpassen Sie keine neue Produktpräsentation und sind mit den neuesten Produktreviews immer auf dem aktuellen Stand.